Jo Leute, da bin ich wieder. Heute mal wieder so ein kleines Tutorial. Ich habe nämlich gerade gesehen, ich habe gestern leider zu viel Fischfutter ins Aquarium reingetan und das sieht momentan extrem beschissen aus. Jetzt muss ich das Aquarium frisch machen und ich dachte mir, okay, wenn ich das jetzt mal machen muss, dann zeige ich euch mal am besten, wie man sowas am einfachsten lösen kann. Ja und ich dachte mir, YouTube und wenn ich das gerade sowieso mache, jo, guckst du mal, ne? Okay, erstmal ganz wichtig ist eine Pumpe, mit der ihr das Aquarium auspumpen könnt. Ich fühle mir jetzt einfach mal das Logo, das ist kein Product Placement, ich habe mir die Maschine damals selber kaufen müssen, mache auch keine Werbung dafür. Wie gesagt, so eine Pumpe ist ganz geschickt, damit ihr das Aquarium relativ sehr schnell auspumpen könnt, weil sonst zieht sich das extrem in die Länge. Und nach der Methode, wie ich das jetzt mache, seid ihr in spätestens 45 Minuten fertig. Okay, erstmal logisch, ihr braucht genug Platz und müsst die Pumpe natürlich nach draußen verlagern, weil sonst flutet ihr eure Wohnung, Haus, je nachdem. Seht ihr mal hier? Ich habe das Teil jetzt mal rausgetragen, da ist ein Stecker dran, da müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr keinen Stromschlag bekommt, also müsst ihr ganz vorsichtig arbeiten. Zum Glück habe ich hier draußen eine Möglichkeit, wo man was reinstecken kann. Okay, mit der Kamera ist das jetzt nicht so einfach. So, okay. Passt. Dann packt ihr das Kabel jetzt am besten einfach mal sicherheitshalber hier an. Und die Stromversorgung ist mal so weit wie möglich von diesem Gerät weg. Dann habe ich hier noch diverse Schläuche. Da habe ich mal den ganz kurzen Schlauch. Ich hoffe, ich erwische den richtigen. Genau. Das ist der... Genau. Wie gesagt, der kurze Schlauch, der kommt an diesem Gerät an die Seite ran. Das ist ganz wichtig. Das hat bei mir am Anfang lange gedauert, bis ich das herausgefunden hatte. Den packt ihr bei diesem Gerät außen an und verlagert den Schlauch in die Wiese. Natürlich ganz wichtig, verdammte Züge, dass das Wasser, das austretende Wasser, nicht in den Stromkreis kommt, damit ihr keinen Schlag bekommt und euch das Ding nicht um die Ohren fliegt. Dann jetzt kommt der lange Schlauch. Den steckt ihr dann hier ran. Mit einer Hand ist das ziemlich tricky. Scheiße. Moment. Okay. Wie gesagt, den langen Schlauch. Da ist am Ende so ein Teil dran. Mit dem tut ihr das Wasser dann auslassen. Den Schlauch nehme ich jetzt mal und tue den in die Wohnung. Das ist leider Gottes etwas vermurkst, aber im Prinzip funktioniert das. Tut mir leid für die verwackelte Kameraform. Aber wenn ich mir das so ansehe, das ist so dreckig, so kann ich meine Fische nicht leben lassen. Das muss sauber gemacht werden, das hilft nichts. Okay. Was auch ganz wichtig ist, mal alle elektronischen Geräte ausschalten, vielleicht bis aufs Licht, aber dass ihr keinen Schlag bekommt. Damit die Pumpe auch richtig funktioniert, braucht ihr mal so einen guten Liter Wasser. Ich habe hier jetzt so eine weiße Kanne. Damit die Sogwirkung auch richtig zur Geltung kommt, leert ihr das dann einfach da mal rein. Dann schraubt ihr den Deckel da drauf. Und dann sollte das eigentlich jetzt funktionieren, dass an der Seite hier so ein Kippschalter. Irgendwas funzt dadurch. Vielleicht ist ein Knick im Schlauch. Ja, genau, ein Knick ist im Schlauch. Ah, fuck. Wieso funktioniert das nicht? Ich glaube, da muss ich noch mehr Wasser in die Pumpe reinlassen, weil sonst funktioniert das nicht. Also ich habe jetzt nochmal die doppelte Ladung reingelernt und jetzt funktioniert das. Wie ihr hier sehen könnt, kommt das Wasser jetzt raus aus dem Akkant. Aquarium. Jetzt kann ich das richtig gut absaugen und das Wasser dann auch frisch machen. Wie gesagt, wenn ihr das macht, solltet ihr ungefähr in etwa so hier auf dieser Höhe das Wasser drin lassen, damit sich das Klima nicht verändert. Weil die Fische sind sehr empfindlich und die Konsistenz des Wassers und des vorhandenen Klimas wird dadurch bewahrt, wenn man hier so viel noch vom Grundwasser drin lässt, dass das nicht so ein Klimaschock für die Fische ist. So langsam kommen wir dem Ziel näher. Dann zum Auffüllen habe ich wieder den Gartenschlauch verwendet. Im Winter ist das natürlich nicht so einfach, wenn es Minusgrade hat, aber bei uns hat es gerade über 10 Grad und da konnte ich das nochmal aktivieren. Wie gesagt, und wenn ihr das beachtet, könnt ihr innerhalb von 45 Minuten ein Aquarium komplett alleine frisch machen. Und das sieht dann wieder richtig geil aus. Circa 45 Minuten später, es ist jetzt auf jeden Fall klarer und sauberer. Aber das Resultat sieht man dann erst morgen, wenn sich das alles gelegt hat. Ciao! Ciao! Ciao!